Hallo und herzlich willkommen bei Elsa News. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, das Video zu leaken und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine wichtigen Nachrichten verpassen. Der XY-Preis, gemeinsam gegen das Verbrechen, ehrt korragierte Menschen, die in schwierigen Situationen mutig gehandelt haben. Hier sind die bewegenden Geschichten der diesjährigen Preisträger. Baby vor dem Erfrieren gerettet. Andreas Bichert hörte in einer kalten Oktobernacht 2023 ein Baby schreien und fand den Säugling in einem Altglaskontainer, sein mutiges Handeln rettete ein Leben. Jahrelangen Missbrauch beendet. Drei Frauen folgten ihrer Intuition und deckten den Missbrauch einer 15-Jährigen auf. Ihr Eingreifen beendete das Leid und schützte weitere potenzielle Opfer. Mordserie verhindert. Fünf Freunde retteten eine Frau vor einem Messerangriff, halfen der Polizei, den Täter zu fassen, und stoppten damit eine potenzielle Mordserie. Diese Geschichten zeigen, Mut kann Leben retten. Was denken Sie über diese Taten? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren. Bleiben Sie dran für weitere inspirierende Nachrichten. Abonnieren Sie jetzt Elsa News und seien Sie immer informiert. Danke fürs Zuschauen.